Von Jubilarin zu Jubilarin gratulieren wir als Universität Augsburg der Augsburger Allgemeinen von Herzen zum 75. Wir feiern heuer den 50. Geburtstag. Seit unserer Gründung begleitet uns die Augsburger Allgemeine. Deshalb haben wir recherchiert und zahlreiche spannende Berichte von der Gründung bis heute gefunden. Von der erste Tag an der Uni aus dem Jahr 1970 bis zu Gegen die Hitze der Zukunft, unserem Zentrum für Klimaresilienz von heute. Auf eine erfolgreiche und intensive weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF, 2020